Vor einigen Jahren war ich in Südostasien mit ein paar Kollegen unterwegs. In Kabuccia ist mir ein ganz spezielles Material in Saug gestochen. Zementik mit einem spezifischen Muster. Sie sind überall umgelegen. Da habe ich gedacht, vielleicht kann man etwas damit machen. Aber wie komme ich zu diesen Zementik? Ein lokaler Tuk-Tuk-Fahrer hat mir dabei geholfen. Wir haben ein paar Zementik in die Schweiz genommen. Wir haben mit ihnen angefangen umzuspielen. Wir haben mit anderen Material zusammenzuarbeiten. Wir konnten es so optimieren. Und der Brand Elifbo war geboren. Für die Gründung hat mir Startups.ch mega geholfen. Unter anderem mit juristischen Sachen. GmbH Gründung, aber auch Markenschutz. Oder auch Sachen wie Mehrwertsteuer und Steuern. Als Finanzierungsmethode für junge Unternehmer kann ich Crowdfunding auf jeden Fall empfehlen. Es hat eine enorme Reichweite. Und mit einer guten Geschichte dahinter ist es ein Hammer-Marketing-Tool. Es macht enorm Freude zu sehen, dass so viele andere Leute ebenfalls uns glauben. Der Höhepunkt definitiv letztes Jahr, wo wir den Contest auf Kabel I für Best Recycling Product gewonnen haben. Und den Preis der Zürcher Fachhochschule für spezielle Errungenschaften Alumni des Jahres 2016. Für die Zukunft wollen wir unsere Produktepaletten erweitern. Aber die Priorität hat vor allem unser soziales Engagement mit unserer Schule in Kambodscha. Und natürlich auch der Recycling-Aspekt, wo wir unser Geschäftsmodell, wenn Copy-Paste, in anderen Ländern ebenfalls anwenden.